Oh, ich dachte, es geht weiter. Okay, hallo Stacey. Stacey Gray müssen wir jetzt... Ich denke mal, das ist das hier, oder? Achso, der Nachname. Wo ist denn Rache? Oder ist es der hier? Okay. Mother's murderer? Nee, Rosie brauchen wir wahrscheinlich. Wo ist denn was, was auf Rosie hindeutet? Hallo? Sie ist nicht... Aber Mörderer könnte das hier sein. Aber wir suchen doch was, was auf Rosie hindeutet, oder? Guck mir in. Hm, Lager ist es ja nicht. What the fuck? Na gut. Killer. Auch nicht. Na gut. Reining to be the perfect killer. Aber... Da ist es. Da ist es. Das brauchen wir. Das gehört zu der Spinne. Puppets. Letzter Wille? Nein. Hm. Hmm. She'll do anything. Like Mörder? We must enter Crimson Hollow Mansion and clear the way to the storage area for her. Das kann ich. Lager. I am to become Dorian Black's bride. Gain access to the mansion and kill him. Okay, kill him. I don't want to kill an innocent person. I told Rosette this, but she just smiled her evil smile. Evil smile... Nein. Ähm... Ach so... Mit lebt mich den... Nein, auch nicht. Hm... Okay. Evil smile. Ach so, unschuldig. Ich bin ja dumm. Äh, was ist denn aber, was steht für unschuldig? Blume. Nein. Oh, Baby. Mach's denn. Der letzte Wille. Ein Toy. Ich wusste es. Schnell. Ich würde auch so ein Ding. Jetzt können wir den Schlüssel reinstecken. Ja. Ah. Gelange zum Herz des Anwesens. Stelle das Herz des Anwesens wieder her. Besiege Rosetta's Diener. Ja, wir haben gelangen. Gelangen haben wir geschafft. Blödsinn. Treibstoff. Kristall. Und ein Flakon mit der Bordère. Hier ist eine Breite. Oh, hier ist die Schlange. Hier haben wir Figurchen. Mit verschiedenen Symbolen. Hier ist ein Stück von dem Dolch. Und... Ein Puzzletail. Die Flügel des Engels haben auch schon bessere Zeiten erlebt. Da brauchen wir bestimmt Öl oder so. Das hier sieht ja auch gefährlich aus. Na gut. Wo können wir noch gucken? Muss man die dann sortieren? Nein. Ich sollte sie mit Sand oder so füllen. Hm. Okay. Was war nochmal das zweite Tier? Eine Schlange. Und... Hm. Ein Gekko. Stimmt. Okay. Die Schlange an sich bringt uns glaube ich nichts. Irgendwo versteckt sich bestimmt der Gekko. Da ist er doch. Na siehste. Oh Daddy. Du leuchtest ja. Ja. So... This is the heart of the Black's Mansion. Impressive. It looks like Stacy's already been here. The heart is poisoned. You'll have to restore it. Take this and... Good luck. Ha 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 ha. So progress eine Zahnbürste. Was ist das? Hier mal Blödsinn. Ach so. Gut gemacht. Danke. Was muss denn hier rein? Eine verschwundene Uhr zu finden. Hm, verstehe. Aber zuerst... Federn. Ach so, für den Engel. Doch kein Öl. Wir müssen noch Federn hin. Da kommt das Herz rein. Aber dazu brauchen wir mehr Rohre. Was haben wir jetzt bekommen? Den Engel. Ein Rohr. Ist ja widerlich. Und jetzt sammeln wir das mit dem Flakon. Ja, wir sind so schlau. Und jetzt schwimmen wir das hier rein. Sehr gut. Aber es fehlt noch ein Kristall. Oder brauchen wir jetzt erst noch Feuer? Aber es brennt schon, gell? Es brennt schon. Okay, okay. Was haben wir noch? Was ist denn dieses Uhrenteil? Ach so, hä? Nee. Noch ein Uhrenteil. Aber wo... Wie sind denn die Uhrenteile? Na gut. Drinnen damit. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Sanduhr. Ach so, weil Teile fehlen. Ich dummere. Folge den Hinweisen, um die Figuren auf den Sanduhrn an die richtige Stelle zu setzen. Okay. Ähm... Ach so. Okay. So. Das war ja gar nicht so schlimm. Was haben wir denn da schon wieder? Ein Kristall. Aber da fehlt was. Wetten? Ein paar Werkzeuge und ich sollte in der Lage sein, an den Kristall zu kommen. Na Gott sei Dank habe ich Werkzeuge. Aus Versehen alles richtig gemacht. Ich meine, ich wusste natürlich, dass ich das tun muss. So. Oh je. Wer ist schlau? Wir sind schlau. You go, girl. Oh mein Gott, das ist so dramatisch. Twilight, du hast keine Chance. Auch wenn du dich ansiehst für Lady Gaga. Dorian, nein. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Ich sollte mit Dorian sprechen. Hoffentlich geht es ihm gut. Hier war nichts mehr. Nein. Okay. Fast wäre es mir durch die Lappen gegangen. Hier ist nichts. Nein. Okay. Dorian, wie konnte das noch passieren? Hier ist eine Kiste. Merkzeugkoffer. Beide Männer in meinem Leben. Well, thank you. Ach, er meinte ihn. Hehehe. Who are... Richard, you sly fox. I thought you were dead. I see you found a way to escape the hereafter too. Not as well as I did though. True. But being a ghost has its advantages. Now I can help the younger generation. Your daughter certainly takes after you. Anna, kannst du herausfinden, wer diese Frauen sind und was sie von mir wollen? Wir haben ein bisschen Zeit, während das Debris gesammelt wird. Ja, ich glaube das. Dorian und ich haben ein wenig zu tun. Warte auf die Rekonstruktion der Treppe. Warten kann ich. Noch eine Spinne, ein Puzzleteil und ein Emblem. Wir brauchen auch immer noch die Teile für den Doris. Wir sollen den Weg in Rosettes Vergangenheit finden. Dorian möchte wissen, was Stacey und Rosette vorhaben. Sag es ihm, Kitty. Sie möchten Bräute werden. Malz die auf. Hm, okay. Hierfür haben wir ja nichts dabei. Okay, was waren die drei Sachen? Rosettes Vergangenheit, finde Rosettes Pläne, warte auf die Rekonstruktion. Tja, Rosette, wo ist deine Vergangenheit? Hier haben wir ja alles erledigt. Hier mittlerweile auch. Was ist das hier? Ah, bestimmt Rosettes Vergangenheit. Hm. Schade, dass man hier noch nicht langlaufen kann. Keine Ahnung, was ich immer hier mache. Hier können wir ja gar nichts tun. Hm. Na gut. Gut. Los, Kitty. Geh schon mal gucken. Hier können wir ja auch nichts tun. Hm. Können wir das hier anzünden? Hm. Nein. Ein Teil fehlt. Ärgerlich. Hm. Hm. Dorian. Was tun wir jetzt bloß? Ich habe die Befürchtung, dass ich irgendwo irgendwas übersehen habe. Ja. 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 Ah, Anna. Komm, Rosette etwa mit einem Hubschrauber? Reist. Oh. Los, Kitty. Vertreibe die Före. Gut gemacht. Womit kann ich das Eis brechen? Mit einem Blondinenwitz? Ich habe sowas wie einen Stock. Es ist was ganz anderes als ich dachte. Okay, das war das. Hier ist ein Stock. Ein Einrollmechanismus. Ach so, ich verstehe. Ich dachte, es ist ein Wagenheber. Eine hydraulische Schere. Dankeschön. Sieht aus wie ein Fach. Okay. Ein Rucksack. Hm. Okay. Jetzt gerade läuft es aber. Muss ja langsamer machen, Mensch. Was haben wir denn da? Glasschneider. Zum ersten Mal in der Serie kein Kristall. Hallo Leute, ich bin's. Anna. 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 Gray. Ähm. Apf. Und Würfel. Das brauchen wir auch. Ich sehe es. Gib's mir. Hier. Hier sind die Würfel. Ähm. Ein Stern. Was ist das? Ich mein, das ist ein Telefon. Aber wo ist das? Blume. Messer. Edelstein. Ah! Spinne. Okay. Hm. Wo ist das Symbol? Irgendwohl. Irgendwann muss eine Karte oder so sein. Und den Kamm brauche ich auch. Und was auch immer das hier ist. Das hier? Nein. Wie konnte ich das nur denken? Ist es das Smiley? Nein. Kann nicht sein. Ja. Es ist das Telefon. Hm. Mensch. Wo ist denn dieser Kamm? Na? Es geht her. Es geht hin. Anjunge mir nicht weiter. Dennis wird ruft mich recovery. da und da wo ist das und was ist das okay ja was könnte das sein gut gemacht wo war die spinne ich glaube die spinne war nicht hier kann das sein da war die spinne das haus ist so gut gut gemacht das könnte sich noch als nützlicher weisen ich bin in der vergangenheit in stacys internat wie unheimlich gib mir das und das okay etwas ist in der tasche aber wie kann ich sie öffnen was war hier eigentlich für ein symbol ein stern okay hier ist eine puppe kann ich hier die meine dazu hängen tatsächlich noch ein emblem nachdem ich rosettes unterlagen gefunden habe kann ich sie an diesem brett anbringen na gut ich denke hier kommen die embleme hin aber uns fehlt eins warum kann man mit den mädels nichts machen richard hast du etwa das let's simply ich konnte es ja gar nicht finden danke daddy so nein ich wollte lesen danke stelle das muster wieder her indem du die scheiben drehst okay warum leuchtet das weil es richtig war marionettenzimmer vergangenheit was passiert mit stacy was ist das für ein seltsames gerät ah nadel oh nein hypno chip gib mir die puppe wer lässt sie denn da hängen und das gerät halb kaputt gehen macht doch gar keinen sinn es steckt fest ich brauche etwas um es herauszubekommen wie eine haarnadel keine haarnadel kitty du machst es na gut verstehe dann hilft mir halt nicht wir brauchen einen schlüssel das richtige werkzeug wie eine haarnadel sehr gut jetzt haben wir alle puppen und ein puzzelteil so alle puppen vertausche die durcheinander geratenen puppenteile das sieht nicht richtig aus das auch nicht das ist schon besser ähm so 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 Okay. Bernstein. Äh... Äh, Bernstein. Hier? Ich habe die Aufzeichnung meines Vaters verwendet, um einen Chip-No-Chip zu kreieren. Die Mädchen werden meine Marionetten sein. Ich habe den Chip auch verbessert. Das Erinnerungsmodul habe ich entfernt. So können sich die Marionetten nicht gegen mich richten und werden mir auf ewig dienen. Okay. Eine Schere. Und einen Stift, der mir nicht gehören möchte. Na gut. Los, Schere. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Le Barton ist jetzt mein.